Die Amtshauptmannschaft Freiberg war ein Verwaltungsbezirk im Königreich Sachsen und im späteren Freistaat Sachsen. Ihr Gebiet gehört heute größtenteils zum Landkreis Mittelsachsen in Sachsen. Von 1939 bis 1952 hieß der Verwaltungsbezirk Landkreis Freiberg. Geschichte Die 1874 gegründete Amtshauptmannschaft umfasste die Territorien der Gerichtsämter Brandt, Fraunstein, Freiberg, Noßen und Seida. Die Stadt Freiberg gehörte von 1915 bis 1946 nicht zur Amtshauptmannschaft und war in dieser Zeit bezirksfrei. 1939 wurde die Amtshauptmannschaft Freiberg gemäß der reichseinheitlichen Bezeichnung in Landkreis Freiberg umbenannt. 1952 endete die territoriale Existenz durch die DDR-Kreisreform, als die Nachfolgekreise Freiberg und Branderbisdorf entstanden, die dem Bezirk Karl-Marx-Stadt zugeordnet wurden. Der äußerste Süden wurde dem Kreis Marienberg zugeschlagen. Geografie Die Amtshauptmannschaft Freiberg hatte um 1910 eine Größe von etwa 650 Quadratkilometer mit rund 117.500 Einwohnern. Sie erstreckte sich als in Nord-Süd Richtung langgezogenes Territorium an der Westgrenze der übergeordneten Kreishauptmannschaft Dresden. Im Westen wurde sie von den Amtshauptmannschaften Flöer und Marienberg, im Osten von der Amtshauptmannschaft die Poldeswalde, im Süden vom Königreich Böhmen bzw. ab 1918 von der CSR sowie im Norden und Nordosten von den Amtshauptmannschaften Dresden und Meißen begrenzt. Die Amtshauptmannschaft Freiberg bestand aus über 80 Gemeinden, darunter den Städten Brandt, Freiberg und Seida. Insider bestand eine amtshauptmannschaftliche Delegation. Landräte 1948 bis 1950 Paul Blechschmidt